Moin Leute und Willkommen zu einem kurzen Video, ja, wieso kommen so lange keine Videos mehr, mein PC ist kaputt, erstmal ne kurze Erklärung dazu, tut mir leid, nächste Woche werden auf jeden Fall wieder neue Videos kommen und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, ja wieso hast du kein Clash of Clans gebracht, ja ich wollte das einfach nicht über Handy machen, es tut mir leid, ja auf jeden Fall sorry dafür, aber heute ist wirklich ein Spezialfall. Und zwar, wenn ich mal ein bisschen drunter scroll, Lichtle war im Clan MrXLp2, ihr seht's richtig, Lichtle war wirklich in meinem Clan, aber nur für kurze Zeit, das Ganze ist durch einen Livestream gekommen und der Nick hat ihn zufällig im Global getroffen, hat geschrieben Lichtle und da ist er gekommen, also Leute, es war wirklich ein grandioser Abend für mich, Lichtle war im Clan, ey Leute, das ist schon ganz schön krass, Lichtle war tatsächlich im Clan, das ist wirklich der echte Lichtle, ihr seht hier, Lichtle, ähm, Hashtag Clash Army und er ist wirklich Lichtle, alter Leute, Lichtle war im Clan, ja, das wär's erstmal zu diesem kleinen Video, ähm, wir sehen uns dann in einer Woche wieder, wenn wieder neue Videos kommen, ich bedanke mich fürs Zusehen, Lichtle, falls du es siehst, ich bin ein Fan, ähm, ja, Lichtle, bester COC-Let's Player, äh, alter, danke, dass du in die Clan gekommen bist, für kurze Zeit, aber trotzdem. Gut Leute, dann sehen wir uns später, bis nächste Woche und ciao.